Ich werde mir gleich noch den Katzenring holen, auf jeden Fall. Schoolhouse Classroom. Also das macht ja übe Laune. Hier im Endgame nochmal hinzukommen ist halt auch witzig, ne? Ich soll den nach unten fahren, ne? Muss den Wagen killen? Da unten ist noch Wagen. Ich habe mich mit dem noch nie porten lassen. Ich habe das schon tausendmal online gesehen, aber ich habe den halt noch nie benutzt, ne? Guck mal, ich war hier ganz unten noch nie. Bin immer abgesprungen. Muss den Wagen killen, der ich zum Volkanhaus portet. Das kriege ich hin. Haa! Ich komme. Der ist da voll drauf ausgelegt. Ein schmiede stein in der ganzen zeit wo ich die ganzen sachen gesucht habe ich war bestimmt 6x raya lucaria weil ich jedes mal was neues hier suchen musste. Da ist er schon Langschwanz Katzentalisman. Lol. Also hier bin ich mein Lang. Soweit ich weiß. Ja. Gibt es auch nichts ich muss bestimmt nach da unten ich versuche mal da weiter runter zu kommen. Ah hier bin ich runter. Da ist auf jeden Fall mal ein Vieh, das balle ich mal ab. Oh oh. Ey schneller. Ja. 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 Also hier war ich aber schon noch nie. Was gibt es hier? Mox Kette. Mox Kette. Mox Kette. Mox Kette. Magels Kette, Mox Kette. Lol. Dank für den Locker. Oh guck mal hier. Gibt es so was? Dunkelschmiede Stein 7. Perfekt. Neun Schmiede Stein. Neun Schmiede Stein. Neun Schmiede Stein. Kommen. Komme ich jetzt hier wieder raus? Da. einfach noch eine Gnade wo bin ich hier hi Amarelli diese drei Ringe die ihn heilen krass das wusste ich gar nicht wo bin ich hier Katakomben von Leyendell ich war hier einfach noch nicht Erlang hast du Bock lol hier ist nochmal ein richtiges Dungeon das ist wahrscheinlich auch das was sie meinen oder dieses Dungeon hier würde ich ja fast wetten das ist doch safe das Dungeon was sie meinen und da ist am Ende dieser oh ich meine das ist nur ein weißes Item ich hol es trotzdem mal ein Geisterlid und dafür setzt er sich auch noch hin ich glaube die haben ein Feuerproblem mittlerweile durch diese Dungeons ich laufe nur noch durch ich besiege hier gar nicht mehr alles komm schon als ob hier nichts ist toll der größte von allen hör auf nein sag sowas nicht der größte Dungeon von allen scheiße amerelli du bist du denkst halt vielleicht an was anderes vielleicht habe ich schon mal gesagt habe ich die Waffe liebe hört man auf aufwächst was gibt es denn hier ihr seid jetzt beide still Themawechsel Schuppenthalisman des Schmelztiegels das bringt mir bringt mich aber nicht weiter hier benutzt den großen Finger Erlanger mal eine andere Frage was wollte ich jetzt noch mal fragen habe ich vergessen hä ich bin gleich wieder am Anfang ich bin verwirrt ich bin verwirrt Entschuldigung ich bin Meistens sind in diesen Dungeons Illusionswände und bestimmt ist hier irgendwo eine. Hier soll ich runter? Ist das nicht da wo ich eben war? Nee. Nee, ist ein anderer, ist was anderes hier. Okay. Oder? Nee, da ist doch wieder das Ding hier unten. Da war ein Gegner? Das war eben nicht. Ha! Ich liebe das an diesen Dungeons. Es ist einfach jetzt doppelt. Ach, keine Mana mehr. Ach, als ob. Stirb. Ey, hier ist der Schalter immer noch nicht. Sag mir nicht, ich muss nochmal runter. Ich muss den Weg doch nicht nochmal laufen. Oder? Ich laufe nochmal den Weg. Ich gucke lieber nochmal, bevor ich hier nochmal hinlatschen muss. Weil hier ist nix. Nee, hier ist nix. Wieso ist hier ein Dingens? Nochmal hier lang. Ich laufe nochmal vor dreimal den gleichen Weg. Wenn da oben jetzt schon wieder so ein Gegner ist. Ich bin nicht sauer. Ah. Guck mal runter, Dickie. Äh, ausgewichen. Okay. 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 Hier soll ich runter? Nee, 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 nee. Okay. Die muss ich doch safe lang. Okay, springe ich hier runter. Ja, hier war ich schon. Bin ich irgendwo falsch abgebogen. Hier bin ich ja runter. Ich kann mal versuchen, hier durch die Wand. Ist aber nix. Hier habe ich den Gegner besiegt. Hilfe. Na lange, bist du noch da? Weißt du, wo ich lang muss? Reiz, ob ich hier durch... Also, irgendwas ist hier falsch. Läuft ja die ganze Zeit im Kreis. Vielleicht muss ich hier nicht runter. Oder doch hier irgendwo durch eine Wand. Hm, hm. Hmm. 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 Wir haben mal kurz das Fenster auf, so ganz schön warm hier. Wo muss ich hier lang? Ich hasse diese Dungeons. Ich meine, wieso war hier ein Gegner? Das heißt doch eigentlich, hier muss irgendwas sein. Hier ist doch nicht umsonst ein Gegner. Und dann ist hier einfach so ein Fenster. Wieso ist der hier? Zauberspruch voraus benötigt? Hä, die Säule, die Feuerspuck, die habe ich doch... Die habe ich bisher nur einmal gesehen. Ich gehe mal zurück. Die hier? Ach! Herr Langer, danke. Klar, weil das ist ja hier der zweite Bereich. Danke, Herr Langer, danke. Danke schön, danke schön. Ich hätte da zurück gehen müssen. Ich bin nicht besser als du. Diese... Dieser Sarkasmus in dieser Aussage von dir. Ich bin... Ich bin ein sehr schlechter Ellenring- und Soulspieler. Das weißt du auch. Ich bin wirklich kein guter Soulspieler. Wo ist dort jetzt diese Eröffnung? Hier. Gehe ich mich noch kurz heilen? Eska. Priester des Blutes. Den machen wir mal fertig, Mimik. Hunde! Die machen wir mal als erstes weg, ne? Ey, die Hunde sind so kaputt in dem Spiel. Die wurden immer noch nicht gefixt, ne? Immer noch nicht. Ich hatte das... Die Tage habe ich... ... dieses doppelseitige Schwert geholt. Bei so einer Invasion. Und da war da auch so ein Hund. Und der hat mich einfach gekillt. So ein scheiß kleiner Hund. Die Hunde sind einfach immer noch kaputt. Und retten. Ja! Richtig dumm ist das. Richtig schlecht. Jetzt bin ich hier. Hm. Hm. 34 Mal an mit einem Schlag. Muss man überlegen. So viel Schaden würde ich auch gerne machen. Aber was kommt der denn jetzt so angerannt? Moment. So, Hunde ist weg. Scheiß Hunde. Ja, Mimic. Der ist tot. Schöne mal. Jubel des Blutes. Genau das wollte ich. Ich bin jetzt locker ernst. Ich bin jetzt locker.